Seinen Dirigentenstab niederlegen und da haben wir uns natürlich auch ein wenig was überlegt. Ein kleines Abschiedsgeschenk. Ich weiß Werner, du bist jetzt nicht ein großer Freund der Geschenke, aber wir haben trotzdem was für dich. Wo ist er denn eigentlich? Dürft ihr aus so kleiner werden zu uns? Komm auf, Erwin. Auch du, Erwin, komm auf. So, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo eine Musikerkarriere oder eine Karriere als Kapellmeister zu Ende geht. Und dieser Zeitpunkt ist heute da. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Anderen als wir bei so einem Wunschkonzert mit so vielen Leuten. Und ich glaube, Ehre beim Ehre gebührt. Werner, du hast das 13 Jahre wirklich super gemacht. Mit mir als Obmann sind sie jetzt, glaube ich, sieben Jahre oder acht Jahre. Ich möchte mich persönlich bei dir bedanken. Für die acht Jahre unter meiner Obmannschaft. Aber natürlich für die 13 Jahre Kapellmeister sein. Bei der Musikkapelle Matze. Und möchten uns im Namen der Musikkapelle Matze noch einmal recht herzlich bedanken. Wir haben eine Kleinigkeit zusammengestellt für dich. Einen kleinen Stab. Das passt zu dir, gell? Klein passt. Und in deinem Kuvert ist eine Kleinigkeit drin. Lass das Gute mit deiner Lebensabschnittpartner, wie der Rund schon schön gesagt hat. Wollst du denn? Sie dürfen bitte raufkommen auch. Weil zu jedem Musiker gehört natürlich eine starke Frau. Andrea, komm auf, Andrea. Andrea, du bist die Beste! Andrea, du hast die 13 Jahre noch vor dir. Wir haben schon hinter uns. Aber wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute. Du hast das noch vor dir. Starke Frau, in dem Sinn ist sie auch nicht. Also, was soll ich sagen, zarte Frau. So, Werner. Nochmal alles, alles Gute und Dankeschön für die letzten 13 Jahre. Und in Zukunft natürlich das Beste. Ein riesen Sonnapplaus von der Trachtmusikkapelle Matze. Aufstehen und riesen Applaus für unseren Werner. Wahnsinn! Standing Ovations. Dann lässt es nochmal richtig burschen. Bravo Werner! Von jeder Magidenterin kriegst du jetzt noch ein Puzzle. Und noch einen Schnaps. Und natürlich von jeder Musikerin und von Geri. Der Geri hat schon eine Spitzmunde gemacht. Ja. Ja, viel Teufel. Ja, lecker. Da schmerzt's. Verspiel. Was? So, René. Ja. Also, ich als Bürgermeister der Gemeinde Matze darf da natürlich nicht hinten nachstehen. Es ist mir heute eine besondere Freude, das muss ich wirklich sagen, an so einem wunderbaren Abend, an so einem schönen Abend vor so einem großen Publikum, mit so einer Stimmung, mit den Freunden aus der Oststeiermark, mit den Freunden aus Weitenung, mit den Freunden aus Steinhoerst und Besuchern von nah und fern, hier gemeinsam an dem Tag, das kein einfacher Tag ist, aber ein wunderschöner Tag ist, die herzlichsten Blümünsche und das herzlichste Danke der Marktgemeinde Matze zu bringen für die letzten 29 Jahre in der Trachtenmusikkapelle Matze und für die letzten 13 Jahre als Kapellmeister. Ich muss sagen, das Kapellmeister sein, das ist schon eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Man sieht das auch jetzt mit dem unter Anführungszeichen Finden eines Nachfolgers. Es ist nicht so einfach, dass die Kapellmeister einfach da so an der Straße nochmal drum kugeln. Das ist schon eine große, große Aufgabe und dahingehend sage ich herzlichen Dank, dass du die Aufgabe für 13 Jahre übernommen hast und mit unserer Trachtenmusikkapelle, die, glaube ich, über unsere Grenzen hinaus, weit hinaus bekannt ist, bekannt ist auch dafür, dass wir immer eine gute Stimmung machen und dass wir, sage ich, musikalisch gut drauf sind und auch künstlerisch gut drauf sind, aber auch, sage ich, lustig sind und immer ein Schmäh drauf haben und das ist auch dein Verdienst und dein großer Verdienst. Und ich sage herzlichen Dank im Namen der Gemeinde, gemeinsam mit Stefan, unserem Vizeprägermeister, mich mal da noch ein kleines Geschenk überreichen. Wir haben uns ein bisschen abgestimmt mit deinen Kollegen und das passt auch für dich und dein, wie hast du gesagt, Lebensabstandspartnerin, könntest vielleicht noch ein, zwei Tage da dranhängen. Wir wünschen dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Wir sehen uns bestimmt, aber vielleicht nicht mehr in so offizieller Funktion, aber deswegen umso herzlicher und ich sage danke für deine Zeit. Wir sind sehr stolz auf die alles, alles Gute. Danke, Werner. Bravo, Werner! Normal gibt's die, normal gibt's die, aber jeder wusste, oder? Du bist ein wenig gesparig, sagt man da, ja? Tranz, hast du noch was? Wie der René schon angekündigt hat, haben wir Gott sei Dank einen Nachfolger gefunden und der wird zu uns auszubieten, an Donnie Westendaler. Donnie, komm raus zu uns. Einmal einen kräftigen Applaus, bitte. Ja, dann stehen wir auch mal auf, Donnie Westendaler. Ist nicht mit dem Westendaler verwandt, habe ich gehört. Oder? Pc-Typ? Nein. So, ich darf mich kurz einmal vorstellen. Der Donnie ist aus Liefering oder wohnen in Liefering, gebürtiger Bischofshofner, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und wohnt jetzt, wie gesagt, in Liefering und ist Politist bei der Militärmusik in Salzburg. Bitte sparen wir jetzt das Damm-Damm von der ganzen Militärmusik hin und her. Jetzt kann sich jeder selber das Bild machen. Wir haben das Glück, dass wir einen Militärmusikanten bei uns haben, der uns hoffentlich dann auch musikalisch wieder auf den Trab hält und uns vorantreibt. Das wünschen wir uns und ich bin mir sicher, dass du das super hinbringst für die nächsten Jahre. Dann im Vorhinein gleich einmal Danke bei dir, Donnie. Und wie gesagt, im September starten wir dann los und hoffen wir auf eine super Zukunft und eine gute Zusammenarbeit. Danke. Bravo, Donnie.